ARD Text im Auftrag von Funk Natürlich habe ich Sie wie nur den Knecht abgezogen, als er gerade aus einer geheimen Schnapskorte im Wald kam Nice Ich war danach bei Snaps Imbissbude Hier, ein großer Eimerskehwenscherkön, große Pommes und frittierte Fleischwansen mit Extrakäse Bombe! Darauf warte ich schon den ganzen Tag Und zu guter Letzt, ich war bei Fortuno und hab uns ein paar heftige Dübel geholt Mega! Wollen wir dann anfangen? Klar! Sprecher 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 Vielen Dank.